Oh oh, der ist der im Moment, wo man aussteigen sollte. Da ist der im Moment, wo man drauf geht. Wo er ein Fahrzeug zerstört hat und sprengt und vernichtet. Ja, herblichen Glückwunsch. Ja, hallo. Panzer, Panzer. Grüße Sie. Panzer, Panzer, ich begrüße Sie. Da ist er. Und go, go, go. Hey, irgendwie Mitteilungsbedarf. Ach. Ich weiß, mein Mitteilungsbedarf hat, mein Magerquark. Du hast hinter dir einen. Ich bin in der Luft. Ja, du hast ihn hinter dir einen. Verarschen. So kriegt er, wenn es nicht mal in der Welt ist. Das soziierte gerade, glaube ich, Kran mit Landeplan. Drückt er da mir einen rein, ey. Ist ja wohl ein Scherz. Ach so. An dieser Stelle auch mal herzliche Grüße an Jürgen. Jürgen, wenn du zuguckst. Viel Spaß beim Gucken. Natürlich auch an alle anderen. Vielleicht ist er ja demnächst auch mal bitte in der Aufnahme dabei. Ja. Mal gucken. Brauchst du nur Teamspeak? Ich kriege ihn. Ich kriege ihn irgendwie noch verplättet. Ja. Und der muss seinen PC in uns bei uns stellen. Ich kriege ihn auch noch irgendwie hin. Ja, kriegen wir auch noch irgendwie hin. Und ich habe eine Mörderlich-negative KD. Das ist immer das Geld, wenn du über die halbe Karte runnst. Und dann wirst du einfach so erschossen. Karten, karten, karten. Ja, kenn ich. Dann bist du away. Na komm. Machen wir schneller hier. Ich habe nicht den ganzen Abend Zeit. Ja. Oh nee. Der Heli soll sich mal verpissen. Oh oh. Boah nee. Ich habe schon erwähnt, dass ich hier Besuch habe. Ah. Oh. Hm, Immo-One. Das ist mies. Boah, jetzt geht mein Handy schon wieder. Das Handy muss warten. Ich kann jetzt nicht. Boah, jetzt übernehmen die schon wieder beides hier. Dann müssen wir unter Binden. Könnten wir auch entbinden, aber das ist wieder was anderes. Geil. Ich habe gerade meinen Marschflugkörper in den Kran gefossen. Ah ja. Sehr effektiv. Geil zur Frostbite 2-Engel. So. Ah, haben wir übernommen. Jetzt müssen wir uns wieder auf 10 massakrieren. Oh. Da ist ein Heli. Schein, ob er mich sieht. Nee, scheinen Glück zu haben. Da ist wieder ein One über das halbe Feld. Oh, hier gibt es. Ach, bleib doch stehen. Das war eh keine Schnitte. 2% Ich will hier weg. Komm, regenerier dich. Alter, mein Bildschirm ist schwarz-weiß. Ah, meiner als geht es wieder. Ich habe trotzdem 0%. Die Farbe kommt zurück. Oh oh. Vorsicht, hinter dir müsste gleich einer kommen. Wenn er uns folgt. Nice. Er ist abgeschmiert. Nö, der kommt nicht mehr. Gar nicht mehr? Nö, am Deck 70, ey. Ist er zeugungsunfähig geworden? Ja, der ist, äh, haben irgendwie Gugel innerhalb eines, äh, Oberkörpers so an sich. Ach du Scheiße. Das könnte die Folge davon sein. Ja, das könnte die Folge davon sein. Organische Schäden sollen dabei hinderlich sein. Pass mal wieder die Oberhand. Oh ja, da ist ein Feind. Oh, ich habe eine schlechte Nachricht. Bei B rollt gerade ein Panzer ein. Klar. 6-10. Sehr schön. Bam. Ja, letztes Mal nach. Ohne Scherz, auch wenn das Spiel älter ist, aber wir müssen irgendwann nochmal Rettetil 2 zocken. Ja, müssen wir uns nochmal besorgen. Äh, und er dachte, der könnte unter dem Kanister durchgucken. Falsch gedacht. Falsch gedacht. Wäre ein guter Titel für die Folge. Das ist und zwar so für die 2-Folgen. Wir sind schon bei 32 Minuten. Machen wir auch aus 2? Geh ich mal von aus. Es ist ein, du hast Bock, 10 GB auf dem Stück hochzuladen. Ändert ja quasi nichts an der Menge sowieso. Also hoch müssen sie trotzdem. Ja, nee, ich würde mal sagen, die Splitten war in der Hälfte. Und dann laden wir die hoch und dann kommt am einen Tag die eine und dann wird daraufhören am Tag die andere. Okay. Ja, sonst blickt die doch einfach irgendwie in, keine Ahnung, eine um die eine Uhrzeit, die eine um die andere Uhrzeit. Ja, ja, nee, zwei an einem Tag müssen wir mal gucken. Ihr werdet feststellen. Ja. Ja. Warum haben die jetzt schon wieder Zeh am übernehmen? Das gefällt mir nicht und ich muss mal pissen. Das könnte der Kombination etwas problematisch sein. Was war das? Das hier ist ein Sanitäter. Danke. Keine Ursache. Und wieder mal zeigt sich auch die Sanitäter, wenn sie nicht viele Kills machen, sie retten andere Leute. Das Leben uns wird die wichtigsten auf dem Feld. Ja. Lass mal das mal so stehen. Ich bin an etwas anderer Ansicht. Mit. Ach, jetzt auf anderen mit. Naja, weißt du, wer auch mit ist? Der Heli da oben. Kampfunfähig. Jawoll. Der wird mal dauernd. Ach, und der... Warum ist der nur Kampfunfähig? Scherz. Keine Ahnung, aber der Typ, der da draus gejumpt ist, ist jetzt tot. Ja, das ist schön. Liegenbleiben, 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 liegenbleiben. Dankeschön. So viel zu meiner Rolle in diesem Spiel. Ja, ich nehme alles zurück. Im überhaupt das Gegenteil. Bist du jetzt zufrieden? Wenn du mich jetzt mal reviven könntest, was du nicht kannst, weil du Mechaniker bist, nein, schade eigentlich. Hm, da habe ich gefällt und ich brauche eine andere Weapon. W.A. Pon. W.A. Pon? Kenne ich nicht. Wen kennst du nicht? W.A. Pon. Ne, ich auch nicht. Was nehmen wir denn? Was hatten wir alles schon... Alter, wirklich. Nicht in der Aufnahme. Ich weiß ja nicht, was du jetzt schon wieder denkst. Komm. Ja. Schneller. Propeller. Alter, die sind doch schon wieder am All. Nehmen willst du mich jetzt eigentlich nützen, hier? Können wir so nicht durchgehen lassen. Ach komm, gib Stoff. Klar, kann man es denn da entgegenflogen. Uuuuuh. Was man vielleicht auch nochmal sagen könnte, ähm, wenn Bob so steht von eurer Seite, dann schreibt uns das in die Kommentare und dann können wir gegebenenfalls einfach mal einen Termin festmachen und dann zocken wir einfach mal alle zusammen. Ja. Oh, nee. Dafür müsstet ihr uns allerdings sagen, dass ihr das wollt. Die Möglichkeit besteht. Wenn ihr nicht so ganz die kranken Nerds seid. Wir sind auch nur Menschen. Ja, wir sind auch nur Nerds. Nerd-Alarm. Oh, ich hatte nur ein Tor. Ja, dann bring ihn. Nein, nein, das geht definitiv nicht. Doch, das geht. Schlimmstens, falls mach ich dann ein Bieb drüber. Nee. Jetzt bring den. Nein! Zwing dich dazu. Zwing mich dazu. Ach, warum stehen die denn immer schon hier vorne? Oh ja, der Jumpt. Boah, Junge, sei glücklich. Du hast die X-Taste gefunden. Aber gleiche hier. Jetzt bring den. Komm, Fabian. Hey, alles gut. Fabian, du sagst den jetzt. Das macht jetzt gerade sehr viel Sinn, wenn ich an einem Controller sitze und mit dir jetzt gerade Battlefield zocke. Da kommt ein Tank. Ja. I see. Ich mach einen Abgang. Da. So was von Kugelfist, ey. Und ich sag noch, ich mach einen Abgang. Wir sollten langsam mal wieder einnehmen. Dann ist gut. Und ich soll langsam mal wieder ein bisschen was fürs Team tun. Muss ja hilfreich sein, ja. Nee, hier lege ich mich nicht hin. Hier gehe ich hin. Du lege ich gerade in einem Pappkarton? Weiß ich nicht. Spawnte in einem Pappkarton. Das ist auch mal geil. Ich spawnte in einem Pappkarton. Das ist ein guter Titel für die zweite Folge. Denke ich wahrscheinlich sowieso nicht dran. Ich erinnere dich dran. Ja, wäre nice. Auf wen schießt du denn da? Ich dachte, ich hätte einen Kopf gesehen. Ach. Ich sehe tote Köpfe. Ich sehe, dass die C übernehmen wollen. Mein Gott, da fangen die jetzt schon an auf mich zu ballern hier. Jetzt mach was. Ja. Du hast dich doch sicher hier versteckt. Batschus. Ach du Scheiße. Ich verunstaltete. Ja, so rentiert sich halt plastische Chirurgie, ne? Die müssen ja auch irgendwo von leben. Alter. Die fliegt doch von mir eine Rakete in meinem Kopf. Ja, solange sie nicht in deinem Kopf fliegt, weil dann ist danach auch nichts mehr mit plastischer Chirurgie. Nee. Der ist da oben, ne? Da krieg ich den nicht. Boah, ich will wieder einen Panzer haben. Hast du etwa Besitzansprüche auf so einen Teil? Ja. Alles klar. Das ist alles meins, aber ich sehe hier auch keinen mehr. Ich schon. Scheiße. Ich sehe hier keinen mehr. In dem Augenblick macht's Bumm. Weiter, bleib liegen. Du weißt, dass der da noch ist, ne? Jo. Wow. Hm, danke. Keine Ursache. So wird einem das gedankt, ey. Na ja, kriegst du einen Döner von mir ausgegeben und dann muss das auch reichen. Das nehme ich wörtlich. Das hättest du jetzt besser nicht gesagt. Ich hätte so vieles besser damals und heute und gestern nicht gesagt. Ja. Wo ist mein Glas? Das hast du damals gesagt. Ja. Bereue euch. Der ist auch ein geiler Insider. Bisschen. Das gleiche Spiel wie gerade. Ich belebe dich wieder und ich lebe noch. Ich auch noch. Jetzt nicht mehr. Bleiben. Diesmal kannst du aus dem anderen Eingang kommen. Alter. Was denn? Wenn es dich glücklich macht, erscheinen. Wir haben lost the objective. Wir haben lost the objective. Dann erfüllen wir schon wieder bei C. Der Papst in Lichtgestalt, ey. Na ja, der Papst in Lichtgestalt. Ey, wir haben ja keinen Papst. Ne, gerade nicht, ne? Oh, guck mal was. Oh. Fährt er drüber? Fährt er drüber? Natürlich nicht. Müssen wir dafür sorgen, dass er rüberfährt. Komm, ich fahr über die Minen da. Nein, was mach ich denn? Och. Bin aber auch schlecht. Scheiße, nur noch ein RPG. Ey, wir gewinnen. Fällt mir mal gerade so auf. Ja, wir gewinnen, aber. Komm. Zack. Irgendjemand muss das Ding ja hier mal schaukeln. Boah, das Gewehr ist echt geil. Also, falls ihr noch nicht alle Waffen frei habt, versucht ein SCAR-L mit 3,4-fach Visierung und Laser. Und noch ein Frontpump vielleicht. Verrät auch gar nicht die Position und so. Ja, die kann man ja auch ausschalten. Kann man auch ausschalten. Braucht man gar nicht erst montieren, dann brauchen wir uns auch nicht ausschalten. Das hältst du von der Idee. Okay. Weißt du was, ich mach jetzt mal ein bisschen Aufklärung. Ich will jetzt gerade mal ein bisschen, wo die Action abgeht. Komm. Und Verwetter hoch. Ich seh dich. Schön. Hm. Komm mal auf. Schade, ganz knapp vorbei. Was hast du gemacht? Ich wollte gerade ein Heli aus der Luft holen. Hat aber nicht so ganz funktioniert. Autsch. Und aufs nächste Dach hoch. Was hast du jetzt? Rücken. Aha. Ja, eigentlich nicht. Eher Hüfte. Ja, was denn jetzt? So eine Mischung. Irgendwie Knochen. Knochen habe ich ja auch. Ja. Warum habe ich nur noch ein RPG? Das hast du dich gerade schon mal gefragt. Tja, jetzt stehen wir hier. Oh oh. Was macht man denn jetzt? Scheiße. Ähm. Also ich meine hier oben bin ich jetzt erstmal relativ safe, aber... Ich besorge einen Javelin. Everyday einen Javelin. Kennst du das Lied? Oh, das müssen wir mal ändern. Ja. Gibt es auf YouTube. Ich bin jetzt gerade nicht sicher, von wem das ist. Muss ich zu meiner Schande gestehen? Also wirklich. Kannst du nur. Ja, wie kann ich nur? Was ist das denn für eine Scheiße? Wieso habe ich die Däne nicht frei? Ah, immer wenn man ein geiles Gesier braucht, hat man die Waffe nicht. Oh. Hm. Das war mein Ende. Ohne Spaß. Die Runde hier ist knapp eine Stunde lang. Drei Viertel haben wir. Ja, mal hochrechnen ist. Haben das gut zu tun. Ja. Ach, wir holen uns erst mal C. Ich habe aus einem G36 ein Scharfschnitzengewehr gelacht. Hab nein. Doch, habe ich schon. Ach du. Ich dachte nur, was mich. Und ich? Ich habe verstanden, du hast. Deswegen die Definition. Ich habe aus einem G36 ein Scharfschnitzengewehr gelacht. Weißt du, was ich habe? Du. Ja, Pickel. Aber die habe ich auch. Warte bitte, Pickel. Ich weiß noch nicht, was du für ein 14-jähriger Vorpolparterra-Bübchen bist. Auch wenn der Artikel jetzt gerade falsch war. Kriegst du den Satz nochmal in korrekter Grammatik? Nein, den kriegst du nicht in korrekter Grammatik. Wahde. Ich bin ja nicht im Deutschunterricht. Ist dir da sicher? Ja, wir kriegen irgendwie von irgendwo auf den Sack. Aber vielleicht der Jet. Auch nimm dich weiter B ein. Was soll denn der Quatsch? Ja, solche Deutschlehre und solche Deutschlehre. Ja, ich habe eine von den Säulen, die ganz in Ordnung sind. Ich muss mich sofort unterbinden, dass die sich hier beholen. Der psychologische Effekt des Sperrfeuers. Oh, oh, das schaffst du. Fahr weg, fahr weg, fahr weg, fahr weg. Hau der ab hier. Exter, ich will dich jetzt hier unterstützen, indem ich mit einer Javeliner draufhalte. Gut, den Panzer können wir vergessen. Aber den einen habe ich gekriegt. Why? Deswegen bevorzuge ich klassische RPG. Hm, er bevorzugt 120 mm Gattrohrkanone. Wow. Etwas drastisch, aber... Ja, effektiv. So, weißt du was, ich bring nochmal einen T-90 nach vorne. So, komm, wir werden doch jetzt hier nicht verrecken, oder? Wir müssen jetzt mal hier wieder was holen. Yo! So, versuch mal B einzunehmen. Ach, ja. Ach, ja. Oh, hier wieder einer. Bämt hier wieder rum. Boah, wie reicht's so mit diesem... Kindern hier, echt? Der. Ich habe jetzt gerade nur die Hälfte verstanden. Was reicht hier, mit wem? Hier ist immer so einer, der spammt die ganze Zeit mit irgendwelchen Raketen rum. Surrigier das, hier war ein. Mann, ich wollte den Messer an. Eine Ursache. Wow. Alter, das kann ich auch. Aber der kann sich sicher sein, ich treffe. Ja. Der hat mit einer Schrotflinte. Auf die bis zum, wenn ich bin. Klar. Lass mir den, mit dem habe ich was zu klären. Mhm. Kann doch mal sein, dass er ein Aim-Bot hat oder so. Keine Ahnung, aber der hat mich gerade mit einer Schrotflinte gepiepst. Bitte doch, solche Kraftausdrücke wie Beep zu unterlassen. Ach, wieso haben die denn jetzt schon wieder B? Nee, es kann auch nicht sein, dass wir jetzt auf den letzten Metern wieder. Das ist wieder so typisch. Weil hier mal nicht alles schwarz. Noch so schwarz. Ja, anstatt dass die irgendwas einnehmen. Also, wir haben ja ein Team, der nur in Jets investiert. Wow. Machst du dich mal um den Panzer? Ja. Hä? Oh. Wie ist das jetzt? Ich habe gerade ein leichtes Problem hier. I see. Och, da liegt eine Mine. Alter, wir verlieren die Runde noch. Ich sage dir. Wir kriegen das noch hin, die Runde zu verlieren. Sag mal bei mir mit ein. Beißen wir den Heli jetzt gleich über A um Board. Okay, secure. Gute Idee. Ich breng es jetzt aber am besten mit dem Fallschirm an. Deswegen, ich gehe ein bisschen höher. Hau rein. Dump. Wow. Ich bin bei A abgesprungen. Ich bin aber zu weit geflogen. Perfekt gelandet. Oh, können wir jetzt mal ein Einnehmen hier. Witzig. Jetzt gibt es einen Toten mehr. Also die ganze Zeit läuft das gut. Jetzt starten wir nochmal eine Großoffensive. Noch haben wir nicht verloren. Alter. Irgendwie steht da kein Panzer in der Halle. Boah, können die jetzt mal einnehmen? Die sollen aus ihren scheiß Jets aussteigen. Das ist nicht tiefförderlich. Attacke im Zelt. Die Objective hat der Wund. IAPs, die Objective hat der Wund. Scheiße, wir müssen uns beihalten. Ja. Wir müssen C zumindest neutralisieren. Und das schnell. Kommt Jungs, das schaffen wir. Linear Offensive starten wir auch eine. Ganz einfach. Vierwies. Unmöglich. Okay, jetzt sind wir schon mal. Und jetzt müssen wir taktisch vorgehen. Also angeheben bleiben. Erstens das. Wir müssen jetzt gut verteidigen. Objektiv taken. Wräuchte vielleicht ein Fahrzeug. Ich postiere mich jetzt mal bei B. Das gesamte Team darf noch einmal draufgehen. Die sind irgendwo bei B hier. Okay, ich hab einen gesehen. Pass auf, dass du nicht drauf gehst. Das zieht uns dann auch alles Tickets ab. Ja, klar. Einen hab ich erwischt. Ja, vorsicht in der Halle. Von links. Alter. Ich hab mich schon mal in einem reingedrückt. Ja, den Typen aus der Halle hab ich auch erwischt. Einser ist kaputt. Ich weiß. Der Typ auch. Komm, da gerade reißen wir noch. Sehr schön. Puh, Alter. Ich krieg gerade Puls. Ah, ne, ich jetzt nicht. Und ich seh gerade, ich sollte gleich mal pennen gehen. Ich muss dann morgen um 6 Uhr wieder raus. Ich hab ne gute Nachricht. Es sieht aus, als ob wir es schaffen. Ohne Scheiße, wir haben jetzt gerade noch übelst aufgewäumt. Ja. Wir haben uns doch gerade noch mal alle übelst angestrengt. Wir sind bei C. Meiner Leistung ist durchaus zufrieden. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Das? Ja, klar. Ja, klar. Okay, C haben wir lupliert. A können wir ruhig verlieren. Lass bei B bleiben. A ist scheißegal. Wir müssen nur zwei von drei haben. Aber wir müssen vor allem am Leben bleiben. Bis wir da sind, wird uns halt sowieso wahrscheinlich abgelaufen. Warte, das ist wieder so eine knappi-knapp-Runde. Ey, die haben wir jetzt gewonnen. Ohne Scheiße. Ja, die haben wir. Sehr schön. Warte. War der nicht Battlefield? Ja, 55 Minuten haben wir mittlerweile auf Uhr. War ich ja gut geschätzt. Ah, okay. Die Runde haben wir dann wahrscheinlich jetzt souverän gewonnen. Warte, ich komme mal zu dir. Yay! Juhu! Yay! Yay! Sehr schön. Darauf ein Cyberfuß. Ja, darauf ein Cyberfuß. So, ich werde dann jetzt aber auch mal offline gehen. Ach, die besten beiden. So muss das. So muss das. Zack. Und zack. Boah, 24 Autos minder. Ich sehe die gar nicht mehr. Ich habe jetzt gerade einfach weiter gemacht. Okay. Dann bis zur nächsten Folge.